halli hallo mein lieben homies willkommen zu red dead redemption 2 so heute schnappen wir uns wieder ein legendäres tier nämlich einen weiteren fisch ich ruf mal im tiko zikate auf wo sind wir hier wir sind bei aurora basin ist das ein see ist das ein fluss meine lieben homies ich weiß es nicht ich bin auf jeden fall sehr sehr ratlos ich krieg diesen fisch nicht das ist jetzt mein fünfter anlauf er gesagt das dritte video was ich mache ich habe schon sieben oder acht fische rausgeholt mit dem fluss köder und mit den see köder ich weiß nicht was ich hier machen soll ich werde mir jetzt auf jeden fall noch mal einen see köder schnappen und dann probieren wir das jetzt nochmal aus und wenn ich keine ahnung wenn die mumis keine ahnung dann wird das video ähnlich online erscheinen deswegen hoffe ich mal dass er jetzt an beißt so dahinter sieht so leicht gold aus dem wasser diesen punkt ich weiß was das ist boot ist ja auch nicht dass wir da ein bisschen näher rankommt keine ahnung ich hoffe mal das hat jetzt klappt weil ich schon morgens und ich war ja schon abends am meisten tun die missviecher immer nur der richtige ist nie dran beim limonis der hat jetzt auf jeden fall lange gekämpft die anderen die ging immer so ratzfatz der hat schon mal ein bisschen fett gekämpft wird sommer vom meisten hat das hier jetzt schon aufhört ja der auch jetzt auf hat wird er nicht sein das wird wieder der gleiche fisch sein ja und war dieser war dieser ist er hat ja wohl mal die mumis nice lingenderer steinbarsch man 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 hast du mich nerven gekostet jung hast du mich nerven gekostet leider müssen wir dich behalten aber wir schmeißen dich gleich ganz heimlich wieder rein und sehen unsere lieben homies nicht hier kommt kein tier zu schaden denkt immer dran wunderbar natürlich behalten damit haben wir ein weiteres legendäres tier gefangen herrlich mein die mumis mir fällt echten stein von herzen einfach nur super kann ich sagen herrlich freut mich auf jeden fall ja kurzes video finde ich super mein die mumis ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen allen recht herzlich die abonniert haben die alle mit am start sind auch so wenn ihr mal reinschaut mal leicht einfach nur geil ich danke euch allen wir sind nämlich master biome und dann wollte ich sagen wir sehen uns bei der nächsten mission ist ein fragezeichen beim nächsten legendär oder beim nächsten kopfgeld genauer wieder zeit habe ich auch mal wieder bockt auf meine mumis auf wiedersehen